Den Klinienrhythmus werden wir heute sehen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Schritt und so ist es ganz einfach. Wir klatschen einfach einmal mit der rechten und mit der linken Hand auf den Oberschenkel. Dann geht es schon weiter. Nämlich mit Brust, Schnipps, Klatsch. Machen wir das gleich einmal zusammen. Bei Brust, Schnipps, Klatsch. Dann geht es weiter. Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Brust, Schnipps, Klatsch. Also wenn wir nur die Teile oben machen, dann geht es so ganz langsam. Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Schnipps, Klatsch. Brust, Brust, Schnipps, Klatsch. Und dann kommt einfach noch der Anfang dazu mit den Oberschenkeln. Wir probieren alles einmal am Stück. Drei, vier, Brust, Schnipps, Klatsch. 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 Brust, Brust, Schnipps, Klatsch. So, jetzt mache ich das einmal und probiere immer etwas schneller an. Ihr macht einfach mit, solange es geht. So, ich hoffe, es hat einfach gemacht und wir sind bis zum Schluss einigermaßen mitgekommen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020